Ja, hi Leute, da bin ich mal wieder. In diesem Video geht es noch mal darum, ich hatte ja letzte Woche Freitag das S9 gewonnen. Ich bin immer noch super happy, ist ein richtig geiles Teil. Das Video zu Spa-Mac, was heute rausgekommen ist, verlinke ich hier noch mal. Das könnt ihr euch auch gerne noch mal anschauen, wie ich da auf der Couch bei den beiden saß, Carsten und Franz. War echt super, super geiles Erlebnis. Ich freue mich immer noch wieder drüber, wenn ich das sehe oder drüber nachdenke. War echt schon eine geile Aktion und ich freue mich auch wieder aufs nächste Treffen. Wenn die mal wieder in der Nähe sind, wollte sich Franz ja noch mal melden und dann machen wir noch mal eine kleine Spritztur mit dem M3, aber bei besserer Verkehrslage. In diesem Video hier wollte ich einfach kurz meine Erfahrung mit euch teilen, ob sich jetzt wirklich das S7 Edge wirklich so viel schlechter war wie das S9 und was mir so aufgefallen ist. Ich habe das jetzt ein paar Tage und ich habe das auch wirklich fast jeden Tag benutzt. Ich habe ein paar Infos zum Akku, ich habe ein paar Infos zur Kamera und zum Handling eben halt allgemein. Die ganzen technischen Daten und so, die kriegt ihr ja aus den ganzen anderen Technik-Videos und das kann der Franz und Carsten können das natürlich viel besser, wo ihr die ganzen genauen Daten herbekommen. Also ich blende jetzt immer noch ein paar Bilder ein von den beiden Handys und ja, fangen wir doch mal an. Das allererste, was mir aufgefallen ist, ich hatte richtig, richtig großen Schock bekommen. Ich hatte mir das Video von Franz angeguckt, vom Zweck-Tab und da hatte er quasi das S9, das S9 Plus und das S8 mit dem iPhone 10 verglichen. Da hat er einen Geekbench Benchmark gemacht und einen Antutu Benchmark und da konnte man einfach mal sehen, wieso die Vergleiche sind, theoretischen Werte. Aber das ist immer noch ein cooler Anhaltspunkt, damit man weiß, wo steht man mit seinem Handy überhaupt. Das habe ich natürlich super verfolgt und habe das natürlich bei meinem S9 auch ausprobiert und bei meinem S7 Edge auch. Und die Ergebnisse zeige ich euch immer, blende ich hier oben noch mal ein, wieso die beiden Handys miteinander abgeschnitten haben. Und ich hatte als erstes einen Schock bekommen, weil das S9 gar nicht so viel Leistung hatte, wie es in dem Video rauskam. Also der Franz hatte 247.000 Punkte beim Antutu Benchmark und dachte ich mir, ja cool, probierst du auch mal. Und ich hatte 217. Dachte ich mir, ey, das sind 30.000 Punkte weniger. Das kann doch nicht sein. Das ist ein nagel neues Handy. Ich habe mich doch super gefreut. Und ich hatte dann so überlegt, ja, ich habe ja dann dieses Backup gemacht, wo die ganzen Apps von deinem alten Handy, also du hast das ja als eine Cloud gesichert und du hast quasi deine ganzen Apps wieder so wieder auf dem alten Handy hattest. Jetzt weiß ich nicht, ob das, ich habe super, super viele Apps und ob die irgendwie das Handy so langsam machen oder so. Ihr kennt das ja vom Windows-Rechner. Wenn ihr da so viel draufpackt oder irgendwo anders, dann leidet meistens die Performance drunter. Und deswegen sagen die Leute immer, ja, müsst ihr nochmal neu machen, neu formatieren oder neue Windows aufsetzen oder so. Ihr kennt das ja. Nichtsdestotrotz habe ich dann weiter geschaut. Und was war? Es kam ein Update für meinen S9 raus. Ich glaube ein paar Tage später. Aber das kam nicht automatisch, weil du musstest unter den Einstellungen manuelles Update suchen. Und dann hat das gefunden. Ich blende das ja auch noch mal ein. Und ich habe natürlich super gespannt darauf, den Benchmark noch mal laufen lassen. Und siehe da, ich hatte dann nachher, ich glaube 200, über 240.000 Punkte, was natürlich eine super Erleichterung war. Ich habe mich echt gefreut. Und dann hatte ich so überlegt, ja, ich habe ja auch noch den Nova Launcher drauf. Das ist ja so, weil viele immer sagen, der Samsung Launcher ist ja, sagt man Launcher? Launcher? Ich glaube Launcher sagt man auch. Der Samsung Launcher ist ja ein bisschen langsamer. Und deshalb sollte man diesen Nova Launcher nehmen. Oh mein Gott, mein Ford 2018. Ja, das hatte ich dann auch gemacht. Und da hatte ich den mal deaktiviert und habe den Benchmark nochmal laufen lassen. Und das war jetzt nicht viel anders. Also ich glaube der Benchmark, also der Launcher hat das jetzt nicht verlangsamt, das System. Ja. Und bei dem Geekbench hat er ja auch laufen lassen. Da hatte ich am Anfang auch erst 2.200 Punkte gehabt und Franz hatte 3.8. Da dachte ich mir, das kann doch nicht sein im Single Core Test. Was ist denn los hier? Ist ein nagelös Handy. Und dann hatte ich es nach dem Update da auch nochmal laufen lassen. Da hatte ich auch nachher 3.8. Also da müsst ihr super mal drauf achten, vielleicht wenn ihr das S9, S9 Plus holt, dass ihr einfach mal ein manuelles Update suchen macht. Weil die Performance ist auf jeden Fall besser geworden dadurch. Also anders kann ich es mir jetzt nicht erklären. Das war schon mal mein Tipp Nummer eins. Was der nächste Vorteil war, was mir aufgefallen ist. Also das S9 hat besseren WLAN Empfang bei mir zu Hause. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Aber wenn ich mit dem S7 Edge in dem, bei uns auf der Toilette, der ist so ein bisschen, wir haben so, ja was ist das? Ich glaube das ist so eine alte Villa, wo wir wohnen. Die haben die mal umgebaut. Keine Ahnung, ob da jetzt so dicke Wände sind oder so. Auf jeden Fall hast du hinten bei uns in der Wohnung ganz, ganz schlechten Empfang. Da bricht immer alle, ich glaube eine Minute kannst du maximal gucken und streamen. Und wenn du auf dem Klo bist und willst dir YouTube Video angucken, wie das die meisten Leute machen, dann bricht der mal ab. Das hat mich voll genervt. Dann habe ich mir gesagt, ja gut, dann holst du hier WLAN Repeater, also Verstärker. Aber das habe ich Gott sei Dank noch nicht gemacht gehabt und habe das jetzt mit dem S9 ausprobiert und die Verbindung ist auf jeden Fall besser als mit dem S7 Edge. Ich habe keine Ahnung warum. Mit dem S9 bricht er auch noch zwischenzeitlich ab, aber er ist viel, viel besser der Empfang dort. Ich habe keine Ahnung warum das so ist. Weil von den ganzen Ausstattungen und so, bezüglich WLAN und WLAN Modul und so, habe ich jetzt nicht gesehen, dass irgendwie Unterschiede waren zwischen den beiden Handys, was ich jetzt so im Internet gefunden hatte. Nächster Punkt, was mir aufgefallen ist, ist die Akkuleistung. Ja, da war ich ja super drauf gespannt, weil mit meinem S7 Edge, das habe ich ja über zwei Jahre, also fast zwei Jahre und das ist echt probbevoll mit Apps. Ich zeige auch mal ein paar Bilder, wie voll mein Handy ist. Und da habe ich mal einen Vergleich gemacht. Ich habe quasi mal geschaut, wie weit komme ich mit meinem S7 Edge. So am Tag bis 14 Uhr. Um 9 Uhr hatte er das Handy 100 Prozent und dann habe ich einfach ganz normal gearbeitet, wie immer YouTube und WhatsApp, Facebook, mein Video angeschaut, über Motorshock, im Foren geschaut, zwischenzeitlich. Dann habe ich das mal verglichen mit der Akkulaufzeit und um 14 Uhr lag ich dann bei 50 Prozent beim S7 Edge. Ja, also morgens 9 Uhr, dann fünf Stunden weiter hatte ich quasi anstatt einer 100 habe ich nur noch 50. Also die Hälfte war weg. Ja, und dann habe ich das natürlich mit dem S9 jetzt noch mal verglichen heute. Und dann hatte ich von 9 bis 14 Uhr hatte ich sogar noch fast 70 Prozent, also 20 Prozent mehr als mit dem S7 Edge. Und wenn man sich mal überlegt, dass das S7 Edge nur 3, also, was heißt nur, schon 3.600 mAh hat, also der Akku die Größe und das S9 hat nur noch 3.000, da kann man mal sehen, wie viel so die ganz neue Prozessoren ausmachen, wie energiesparend die sind. Das ist mir auch super aufgefallen. Also das finde ich super gut, weil, ja jeder kennt das ja, wenn ihr unterwegs seid und nichts Schlimmeres als der Akku geht leer oder du musst auf den Akku achten, das ist echt ätzend. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, das ist die Kamera. Die haben wir natürlich auch super verglichen und, ja, ich mache mal so zwei Fotos rein. Die habe ich gestern Abend auch in der Wohnung gemacht, aber bei schlechten Lichtverhältnissen. Und da kann man deutlich sehen, dass das S7 Edge, ja, bei dunklen Lichtverhältnissen nicht mal so toll ist. Also die Bilder sind ein bisschen dunkler, ein bisschen, ja, verwaschener, nicht so scharf. Und das könnt ihr dann auch schon mal sehen. Das war so meine Erfahrung. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu den größten Umstellungen im Alltag, wenn man das S7 Edge gewohnt ist und ihr habt jetzt das S9, wo S9 Plus, ja, also ihr habt jetzt gar kein Homebutton mehr unten, wie beim S7 Edge, wo der Fingerabdrucksensor verbaut war. Ja, und das ist schon irgendwie witzig, weil du hast ja gar nichts Haptisches mehr. Du hast einfach nur so ein Display, wo du den Finger drauflegst und dann klappt, der Fingersensor ist ja hinten auf der Rückseite hier drauf. Da kommst du jetzt auch so drauf, aber ich muss meinen Finger ein bisschen immer krummen. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungewohnt, aber den brauchst du gar nicht so oft, den Fingerabdrucksensor. Wie die meisten schon gesagt haben, Gesichtserkennung mit dieser Iris-Scannung oben und du guckst einfach rein und einfach ins Handy und hast es schon freigeschaltet. Und das ist echt super, das geht auch super schnell. Wie sicher es ist, weiß ich jetzt nicht, das werden die Testberichte zeigen. Es wird bestimmt nicht so sicher sein wie beim iPhone, aber es reicht vollkommen aus im Alltag und das entsperrt sich super schnell. Und was mir sonst noch aufgefallen ist, den Fingerabdrucksensor, den brauchst du wirklich nur bei schlechtem Licht abends, wenn du im Bett bist oder so, keine Ahnung. Aber da hat es mir jetzt auch immer geklappt. Und du kannst auch einstellen, wenn du zu Hause bist, brauchst du keinen Tastensperrer, also keinen Bildschirmsperrer, dann erkennt er das ja. Ja, auch von der Performance her sind das echt richtig große Unterschiede zwischen der S7 und der S9. Alles läuft wirklich flüssiger. Man merkt schon die Performance. Ob ich mir jetzt Fotos anschaue bei mir in der Galerie, das läuft alles viel flüssiger. Ob du jetzt Apps startest, die gehen einen Ticken schneller. Wenn da das Handy startest, ich meine, das geht auch schneller, das Handy starten. Und man merkt schon, ihr kennt das Gefühl ja bestimmt auch, wenn ihr quasi ein komplett neues Windows-System habt oder was ganz nagelneues. Das läuft alles flüssig ohne Ruckler und ich bin einfach nur begeistert. Und es liegt auch wirklich noch einen Tick besser in der Hand als das S7 Edge. Das S7 Edge war ein bisschen kantiger an der Seite. Also das S9 liegt ein bisschen runder von den Seiten her und das gefällt mir noch besser. Das liegt noch besser in der Hand. Und ich habe mir jetzt leider auch noch keine Hülle geholt. Also heute ist der erste Tag, wo ich mit dem S9 überhaupt rumlaufe ohne Hülle. Ich habe das jetzt immer zu Hause gelassen. Aber da ich für euch den Akkutest machen wollte, muss ich es zwangsweise heute mal mitnehmen. Ich habe es natürlich immer aufgepasst darauf, dass da keine Kratzer draufkommt. Und ich habe mir auch eine neue Hülle schon bestellt. Also sie kam auch heute von Amazon. Ich zeige euch mal, welche Hülle ich bestellt hatte. Das ist so eine Hypernight-Hülle. Das ist von außen die, naja, ich glaube, das Material soll so ähnlich sein wie so Sneaker, so Mikrofile. So irgendwie ganz komisch. Fühlt sich irgendwie, dachte ich erst gut an, aber irgendwie, die Hülle ist so ein bisschen hartplastig. So drumherum ist das Material und insgesamt so hartplastig. Ja, und jetzt schicke ich die wieder zurück. Also es war jetzt doch kein guter Kauf und deswegen laufe ich jetzt weiter ohne Hülle erstmal rum. Und das S9 kommt hier erst Freitag raus. Und deswegen, ich war auch schon mal mit verschiedenen Elektro-Läden hier und Handyläden. Und natürlich kann keiner mehr in der Hülle für das S9 anbieten, weil das ja noch gar nicht draußen ist. Ja, das ist so ein kleiner Nachteil. Aber ich habe mich echt super gefreut. Ich bin immer noch happy und ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich ein Handy gewonnen habe. Und dass ich den Franz und Carsten kennenlernen durfte und dass wir zusammen noch ein Video gedreht haben. Das ist alles noch richtig, richtig geil. Und ich freue mich echt noch immer wieder drum. Heute kam das Video raus, was wegtippt, wo ich da auf der Couch warst. Und ich musste sofort wieder lachen. Also es kam sofort wieder so vor, als wenn ich da ran und sitze. Ja, das soll es jetzt gewesen sein von mir. Das war jetzt kurz, knappes Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen, wenn er sich überlegt, S7 aufs S9 zu upgraden. Lohnt es sich? Also Fazit von mir, es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr macht damit nichts verkehrt. Der Akku ist viel besser, die Kamera ist viel besser. Dann die Leistung, Performance ist viel besser. Ja, eigentlich Nachteile würde ich so jetzt nicht sagen. Also Nachteile habe ich jetzt gar nicht gefunden. Das Einzige, was vielleicht vom Nachteil sein kann, aber was einfach nur Gewöhnungssache ist, ist der Fingerabdrucksensor. Den habt ihr jetzt nicht mal vorne, den habt ihr 10 neben halt, wie gesagt. Aber man gewöhnt sich daran und eigentlich brauchst du den nicht so oft. Aber es liegt besser in der Hand, Akku ist gut, Geschwindigkeit ist super, die Kamera ist super. Also es gibt nichts, was mich an dem Ding stört, also wirklich. Das soll es gewesen sein. Ich bin jetzt wieder weg, ich bin jetzt beim Fußball. Ich habe ein bisschen Tränen in Kion und Una. Zocken wir ein bisschen in der Zockerhalle. Wer Bock hat, kann gerne mal vorbeikommen. Dann zocken wir mal so zusammen. Und ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Machen wir was anderes. Wochenten kommt wieder was anderes von M3. Und wie ihr sehen könnt, ich bin während 5 Uhr unterwegs. Muss ja auch mal sein. Tut immer ganz gut, macht mir auch mal viel Spaß. Und es ist richtig angenehm und entspannt, den zu fahren. Ja, wirklich. Alles klar, Jungs. Dann sage ich mal, haut rein. Schönen Mittwoch noch. Und wir sehen uns die nächsten Tage. Ciao, ciao. Schönen Mittwoch noch.